Hi, mein Name ist Greta. Ich bin 21 Jahre alt und wohne in der Nähe von Frankfurt am Main. Anfang diesen Jahres habe ich meine Ausbildung zur Industriekauffrau beendet und arbeite jetzt im Vertrieb. Am Wochenende bin ich unter normalen Umständen im Club als Bottle Girl tätig. Nach der Arbeit gehe ich gerne mit Freunden ins Fitnessstudio oder einfach mal abends was trinken. Außerdem bin ich großer Fußballfan und deswegen oft im Stadion von Eintracht Frankfurt. Ich würde mich selbst als sehr offenen und selbstbewussten Menschen beschreiben. Ich glaube, eine große Stärke von mir ist auch, dass ich schnell mit Leuten ins Gespräch komme und immer Themen finde, über die man reden kann. Außerdem bin ich eigentlich immer gut gelaunt. Mich macht eigentlich relativ viel glücklich. Ich glaube, aktuell würde ich mich am meisten darüber freuen, wenn so Corona vorbei wäre. Aber ansonsten esse ich gerne. Ich mag gute Musik, in Clubs natürlich, wenn man gut dazu tanzen kann. Das macht mich absolut glücklich. Also rein optisch habe ich jetzt keinen genauen Typ. Dunkle Haare, strahlende Augen, schönes Lächeln und gepflegte Fingernägel sind mir wichtig. Ansonsten halt Sachen wie Loyalität und Ehrlichkeit. Außerdem, was mir sehr wichtig ist, ist einfach, dass die Kommunikation miteinander stimmt und man über alles sprechen kann. Ich bring auf jeden Fall jede Menge Spaß mit, zum Feiern bin ich immer zu haben. Und falls jemand, der anderen Islander mal ein offenes Ohr braucht oder einen Ratschlag, bin ich da. Ich war jetzt wirklich lange genug Single und bin sowas von bereit, mich wieder neu zu verlieben. Es ist soרת! Jeder ist sehr schemeal. Jetzt kann ich in deriejung!